so meine herren und damen herzlich willkommen bei einer 1800 ja wir gehen jetzt langsam in die stahlproduktion wir können das hier auch gleich schon mal anwerfen machen wir auch gleich aber ich möchte erst noch mal die bauernhäuser aufstocken ein letzter blick hoch erfreut sie kennenzulernen und dass wir die wahrheit oder etwas ganz ähnliches in meiner unserer zeitung drucken dürfen da haben sie es blutrot auf weiß die waffenruhe wurde beendet natürlich wissen sie was das beste ist jetzt deswegen macht man es richtig cash schriftsteller so sie haben an einfluss gewonnen das ist super aber den brauchen wir ja dann können wir jetzt hier schon mal starten sieht beschäftigt aus da kommt jemand zurück an die maschinen mein freund so dann kann nämlich der stahl die stahlproduktion nämlich direkt losgehen so 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 der erste stahl ist schon mal verband so 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 Wollen Sie uns das Leben noch mehr versüßen? Ich hätte da eine ehrliche Arbeit für Sie. Ich weiß, dass Sie beschäftigt sind. Ich weiß, dass Sie das Leben noch nicht verletzen können. Ach, dieser Qualm. Die Hochöfen sind ein Witz dagegen. Immer mit Ruhe. Die Feuerwehr ist schon da. Eine Schwarzbrennerin, okay. Muss man mal hier oben gucken. Was kann die denn? Die Schwarzbrennerin, was kann die denn? Schnapsbrenner, Brauerei, Kartoffelhof. Okay. Das heißt, die wäre sehr nützlich, wenn wir sie in den Ding reinbauen. In die Brauerei dann. Aber wir können ja schon mal zuallererst die Melzerei setzen. Und daneben können wir die Brauerei schon mal setzen. Das war noch als Blaupause, weil wir müssen warten, bis wir Stahl haben. Da kann der Hof da auch mal langsam weichen. Was führt sie zu uns? So. Hast du ein Lagerhaus in der Dinge? Ja, das geht top. Weil da kann man nämlich hier die Schule reinsetzen. Da wird nicht. Ja, da kann man nicht. Da kann ich ja nicht. Das ist nicht nur aufgehört. Was passiert? Da kann man aber auch nicht, wo kann man das weitergehen. Wenn es nicht nur aufgehört, Ach, dass es nicht nur aufgehört. Was passiert? Was passiert? Ja, ich bin nur aufgehört. Ah, da brauchen wir 20 Stahl. Aber die Brauerei könnten wir vielleicht schon fertig machen. Ja, die könnten wir fertig machen. Drei oder vier Schäufe, aber das ist wirklich nicht so. So. Du willst heiraten? Nicht zu glauben. Nice. Das läuft an. Braucht man noch Seife? Da brauchen wir eine Vasenmeisterei. Die können wir hier hin machen. Und eine Siederei. Das machen wir so. Ja, ja. Ah, hier brauchen wir Stahl. Und zwar vier Stück. Aber das erste Bier läuft schon mal verbannt. Das ist schon mal gut. So. 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 Wir kriegen jetzt auch rasant wieder Kohle rein. Ja, weil jetzt auch das Bier langsam bei den Arbeitern ankommt. Und sein Schluck Tabak überall verstreut. Und sein Schluck Tabak überall verstreut. So. Das heißt, ich muss auch in der Mälzerei. Das heißt, ich muss auch in der Mälzerei. So. So ungefähr hierher. So ungefähr hierher. Das könnten wir tun. Also hier. Hier soher. So. 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 Also das Bier kommt rein. Das ist schon mal gut. So. Dann kann jetzt auch die Seife starten. Also brauchen noch eine Schweinefarbe. Eine ist hier oben, glaube ich. Ne, das ist eine Schäferei. Wir brauchen noch eine Schweinefarbe. Ein Schiff hier im Garten? Wer weiß das nicht. So. Jetzt haben wir zu wenig Bauern. Dann müssen wir noch Häuser bauen. Versteckt die Flaschen. Dann machen wir dann. Das war's. Stinkender, fauliger Dreck! So. Uns geht das Material aus. Ja, ihr könnt gleich loslegen. Und auch das Bier. Das geht von Hand wesentlich besser. Oh. Stopp die Maschine. Oh. 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 Ich weiß, ich möchte jetzt aber auch erstmal die Infrastruktur wieder auf Vordermann bringen. Hauen wir das auf eins. Sehr gut. Wir machen jetzt auch wieder guten Profit. Genauso möchte ich das sehen. Das Gebäude hier fehlt allerdings noch. Stahl. Fehlt noch. Aber ich decke das Gericht mal hin. Ich bin da sehr optimistisch. Dann können wir jetzt hier daneben schon die Kanonen machen. Nein. Ich ertappe mich dabei zu dir aufzusehen, wie es jüngere Geschwister oft tun. Das freut mich. Das machen wir dann nachher. Aber wir machen Ihnen gut das Plus. Also ich bin ganz zufrieden. Die Schule ist das einzige, was noch fehlt. Und wir brauchen mehr Schnaps. Oh shit. Irgendwann hatte ich noch eine Schnapsbrennerei. Wo habe ich die dann? Hier sind zwei. Dann könnte man ja eine davon hier reinhauen. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Und können. Und können. Und können. noch eine hin. Perfekt. Super. Perfekt. 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 So. Der Dank geht an die kleinen Feldmäuschen. Gut gut, Schnaps fängt langsam wieder an zu laufen. Untertitelung des ZDF, 2020 richtig gut auch der schnapps ist wieder präsent richtig gut da brauchen wir zwei kanonenboote und eine fregatte brauchen wir noch dann habe ich kein handwerker für ok könnte es noch ein stück vor spuren damit wer die schule ähm keine änderung wirklich keine änderungen nein alles cool alles so gepasst wie es drin steht ich bin ganz zufrieden aber ich brauche jetzt erstmal einen ganzen bazzen stahl aber ich habe leider nichts was ein stahlwerk beeinflusst ich schlafe stehend ein was ok wir müssen hafenverteidigungsanlagen noch bauen ja das sehr sehr viel weiß ich da gar nicht mehr ähm ja das kostet aber es kostet aber acht stahl und das möchte ich jetzt nicht investieren ich möchte es jetzt erst hier rein investieren und dann in die verteidigung der insel ich möchte deswegen lasse ich jetzt die zeit ein bisschen laufen bier ist genug drin das ist super und auch genug seifers da ja das kann uns jetzt mal egal sein da braucht man noch kanonen die haben aber glaube ich noch gar nicht vier stück und zum anderen möchte ich jetzt erstmal hier die schule fertig bauen damit hier das upgrade starten kann hier ist ja alles tutti frutti paletti aber ich kann ich möchte die schule gerne fertig machen damit die ersten schon mal in die nächste stufe können die ersten ganz wenigen dann hat er mich blöd angegrinst und sein schnupftabak dann 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 Ich will nicht aus. Es wird eine lange Reise. Ich will nicht aus. Ich will nicht aus. Das Wildshaus wird abgerissen, weil ich wohl zu voreilig bin. Halb so wild, bauen wir es halt wieder neu. Ich will nicht aus. Ich will nicht aus. Ich will nicht aus. Ich lasse mir neue Stiefel machen. Das freut mich mega, mein Freund. Ich will nicht aus. Ich will nicht aus. Du willst heiraten? Hört nicht zu glauben. Uh. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Handwerkskunst. Handwerkskunst. Die nächste Stufe. Genau das wollte ich. Jetzt kommen auch Nähmaschinen und Mäntel und sowas dazu. Die Werft ist bereit, das erste Schiff vom Stapel laufen zu lassen. Alles wartet auf dein Zeichen. Ich will nicht aus. Ich will nicht aus. Ich will nicht aus. Eine Fregatte fehlt noch. Die würde ich gerne bauen, aber kann ich nicht. Doch. Mittlerweile schon. Die Menschen lassen sie hoch leben. Alter. Wir würden ungern den Vorarbeiter deswegen anhauen. Ich bin nur ein kleines Zahnrad, aber sie, sie bedienen die ganzen Hebel. Okay. Uns fehlt ein wichtiges Gut, das auf dieser Insel nicht hergestellt werden kann. Du musst einen Weg finden, es zu importieren. Ja, über eine andere Insel. Den alten Herald Herald. Wie soll ich den finden? Wir liegen Ihnen wirklich am Herzen, oder? Ja. Werden wir etwa übersehen? Nein. Ich fange an, mich zu fragen, ob Sie die Dinge nicht ändern könnten. Ich finde ihn nicht. Ach, keine Ahnung, ist mir jetzt auch egal. Ich hoffe, dass ich es zum Besseren machen kann. Fenster, Sie haben irgendwas gesagt von Fenster. Dann machen wir Fenster. Aber dann brauchen wir jetzt erst mal Quarz. Und das Quarz kann ich nicht mitten auf dem Wasser machen. Das funktioniert natürlich nicht so. Premium. Lassen Sie Ihre Kiste bitte nicht unbewacht, Sir. Oh, eine Inspektion. Haben wir doch. Oh, da ist ein Lagerhaus. Ja, wir wissen, es ist langsam. Ich bin noch nicht dumm. Oh, da ist ein Lagerhaus. Oh, da ist ein Lagerhaus. Oh, das ist ein Lagerhaus. So. Na, das geht noch nicht. Oh, sogar einen Flammenwerfer können wir bauen. Würde ich auch machen. Aber wir haben einiges schon aktuell geschafft auf der Insel. Es läuft. Unsere Kasse sprudelt. Ich weiß jetzt mal nicht, wo der rum herkommt, aber okay. Ich habe keine Ahnung, wo der rum herkommt. Irgendwo kriegen wir rum her. Ich habe keine Ahnung, woher. Und auch bei Sekt. Danke, danke. Ja, da müssen wir dann hinverticken, unsere ganzen Sachen. Jede Schiff braucht... Schönen Tag auch. Ja, aber hier möchte ich die Folge jetzt mal beenden. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit am Start. Wenn es hier in die nächste Runde geht. Anno 1800 Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit am Start. Wir konnten mittlerweile das erste Haus als Handwerker upgraden. Ich hoffe, ihr seid dann in der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Ich wünsche es mir. Danke für den ganzen krassen Support die letzte Zeit. Haut nochmal richtig kräftig in die Tasten. Haut rein. Was bueno ist. Dann sei es mir. Nein. Wir gucken dir doch mal.